Hey Leute, willkommen im 17. Part von Let's Play Anna's Quest. Und ich habe ja versprochen, dass ich mich offscreen umsehe und guckt mal, was ich entdeckt habe. Hier ist ja auch noch eine Geige. Oh, das hätte ich jetzt auch nicht besser sagen können. Und das ist unsere alte Geige. Okay, ich muss an diese Geige ran. Kann ich... Ich glaube nicht, dass ich dann den Tausch anstrengen kann, aber ich versuch's mal. Hm. Just no. That is the most exquisite violin in all the land. And as a result, the single most valuable, expensive and unaffordable item in this shop. So, that's a no to trying? Not even for a budding young musician like me? A very large and definite no. Especially to you. Du bist ein fieser Sack. Kann ich meine Fähigkeiten gegen dich einsetzen? Nein, das wird sie nicht tun. Nein, ich könnte ihn schmerzen. Hm. Irgendwie ist mir gerade danach... Nein, natürlich nicht. Kann ich mir die Violine mit unseren Fähigkeiten... Ups. ...mit der Telekinese herholen? Ich sollte nicht meine Kraft auf dem. Was... Zylinder? Ich dachte, ich könnte ihm den Hut über den Kopf stülpen oder so. Was ist denn das eigentlich? Clownshut? Oh, ich wollte immer einen Clown sehen. Diese Hatt sieht auch ein bisschen schmerzen. Es muss ein Clown sein, der viel reihe. Hm. Okay. Meine Telekinesis hier nicht funktionieren. Was? Wieso denn? Töpfer waren? Oh, diese sind wirklich sehr schön. So schöne Details und Artwork. Ach, vielleicht ist das abgelenkt, wenn ich die zerdepper... Moment mal. Ah, nein, nein, nein. Schlipp mal hier. Halt! No, das war jetzt gerade Schwachspiel. Ich habe doch eindeutig auf unsere Telekinesefähigkeit geklickt. Nein, meine Telekinesis hier nicht funktionieren. Manneka? Nein, nein. Ich sollte es nicht auf dem. Oh. Oh. Ah, kann ich sie jetzt vertauschen? Okay. Das hat geklappt, Leute. Der Affe war's. Oh. Okay. Okay. Er ist wohl auch nicht so ein Kenner, aber sonst hätte er doch die falsche Violine entdecken müssen oder erkennen müssen. So. Dann versuchen wir nochmal, die weißen Frauen zu bespielen. Okay. Let's see here. Oh. Oh. Soothe, soothe, so soothe. Reward, such beauty, we must reward. Oh, yes, yes, um, perhaps the amber orb, as a reward? Yes, our treasure, our most beloved possession. Guard, we must guard, but we must reward. The amber orb, yes, we will get the reward. Anna, you did it! That was amazing! Ah, shucks. Well, to be completely honest, I kind of cheated. Never mind that. You broke their hold over the amber orb, after all these years. It's... it's unbelievable. Well, I couldn't have done it without your help, Hans. If there's anything I can do for you, something to help your spirit, Russ. It's... it's strange, but I feel like... like you're already helping me. No, no, not me. It's actually an old friend. Oh, is that so? Well, that's good then, I think. It is. I feel... at peace now. The reason I came here, to this lake. It's so long ago, though. I just remember her... reaching to me. She's so... sad. It was me. I... I made her sad. Oh, Anna, it was a mistake. Such a terrible mistake. I... I should never have come here. Hans... But what you're doing... I can't explain it. But it's helping my friend. I know it is. Then let's get this spell done. For Grandpa. And for her. Thank you. For everything, Anna. Thank you. Goodbye, Hans. I hope you're at peace now, wherever you are. Währenddessen. And there I was. The band of thieves all around. Their eyes on the royal jewels. Oh, yes, I see. Wow, you sure are brave. And just then, as I raised the sword, light glinting bright off my steel... Sir, there you are. Well, no way. This is the best bit. It's the girl, sir. She's been spoiled. What? Where? Sir, one of the villagers. They say they've seen her walk into this very town just this very night. By the stars. Right under our notice. The nerve. And the bare men. No sighting, sir. I will keep asking around about both of them, sir. Well, maybe it's a good idea to see if they've left the village. Because if I was them, but I'm definitely not. Definitely not. Well, that's what I'd do. Run away. Far away. That is good of you, kind sir, to offer your simpleton assistancy. This is a matter for the great minds of the royal guards. Is it not? Sir, exactly right. As always, sir. We'll hop to it. Back to the nitty-gritty, man. Let's root out those dastardly rapscallions once and for all. Oh, hurry, Anna. And just like that, the Visefrauen went down and brought the orb up to me personally. Thrilling. You have the orb anyway, that's all that matters. Well, yes, but you know that's quite a story, isn't it? Yes, nothing beats a child prattling on while people lay cursed and waiting. Oh, yes. Yes, I'm sorry. So two down, one to go. If you wish to discuss the last one, hurry up about it. The sooner you get the last item, the sooner we can save your grandpa. Okay. Ähm, wie war das nochmal mit der Rose? What did you say about the Rose again? An enchanted Rose. From the tops of Glass Mountain. The tale goes that a dragon once gave passage to those that were worthy. You should speak to the minister at the church. He would no more on the legend. Wow, a dragon. All right. The minister at the church. Okay, das tun wir dann, Leute. Ich sollte dann mal, wohl mal diese Objekte besorgen gehen. Ich sollte dann besser suchen, diese Objekte zu sehen. Ähm, ja. Okay. Ich werde dann bald sehen, mit den Objekten. Okay, dann. Okay, Leute. Wir reden nochmal mit dem Pfarrer. Aber das waren jetzt heftige Szenen mit dem Hans, aber auch in der Taverne mit dem Ben und den Wachen. Wir sind jetzt quasi mehr oder minder aufgeflogen. Hoffentlich ist der Theodor noch auf unserer Seite. Okay, reden wir mit dir, Tio. Hallo wieder, Theodor. Hallo, junger Junge. Sagtest du, der Drache fliegt einen vom Glockenturm? Wo ist der denn? Liebhafte Gemüter, ruhiger Gemüter, Mannepot, wie ein trauriges Bild. Nochmal die Drachengeschichte, bitte. Du sagst, der Drachengeschichte würde fliehen von der Belltower? Wo ist das? Ja, das ist durch die Tür hinter dir. Alas, für viele Generationen jetzt, die Tür hat sich geöffnet. Für Jahre habe ich eine Möglichkeit für die Tür zu öffnen. Aber für Jahre hat es sich geöffnet. Der Drachengeschichte hat sich geöffnet. Dieses Ort wurde total für die Liebe des Reddragons gebaut. Ich bin sicher, dass viele Antworten hier irgendwo vor unseren Augen liegen. Ich bin aber ein altes Mann, nicht ein Detektiv. Any suche Indikationen haben mich geschafft, zu erledigen. Oh, ein Detektiv-Mystery. Das klingt irgendwie lustig. Vielleicht kann ich einen Blick auf die Beispiele haben. Haha, aber natürlich. Sei mein Guest, junger Junge. Okay, hier gibt's irgendwelche Hinweise, habe ich jetzt verstanden. Okay. Danke. Danke für eure Hilfe, Theodor. Ich bin besser, zu gehen. Natürlich, junger Junge. Die Störer sind mit dir. Die Tür. Ist es doch. Es ist geöffnet. Sehr dick und schwer. Ich frage mich, wie es öffnet wird. Aber es scheint nicht, dass es keine Handeln hat oder was nicht. Okay. Ich liebe es. Ich liebe es. Es ist so groß und sehr, sehr groß und sehr, sehr schön. Die Seite ist ein schwarzer, 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 schwarzer. Es ist ein schwarzer, 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 schwarzer. Die Seite ist ein großer, röchiger, 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 über die Leute, zu erledigen. Hold' auf. Ich weiß, ob es gibt noch keine Beispiele, wie Theodor sagte. Mal sehen wir. Aha. Oh, sind das die gleichen Symbole wie im Wald? Ich liebe es. Ich liebe es. Die sind so groß und sehr groß. Der links ist so groß. Der links ist so. Hier ist ein kleines Schwarzer. Hm. Ich liebe es. Ich liebe es. Die sind so groß und detailend und schön. Ich gehe jetzt mal wieder in den Wald, wenn die mich überhaupt noch nicht verhaften, sage ich mal. Dann müssen wir auch mal zum Ben gucken. Guck dir mal den Baumsturm nochmal an. Verzeihung. Wie nett. Es ist wie, die Pattern sind direkt in den Baumsturm. Da. Das muss der Schrein sein. Das muss sein. Aber was bedeutet das? So mystisch und mysteriös. Nein, das funktioniert nicht. Kannst du was damit anfangen? Nein, das funktioniert nicht. Dir? Nein, das funktioniert nicht. Was kannst du denn mir sagen? Es ist so lange, seitdem er nichts but berries hat. Ich denke, er ist aus dem Feuer. Wenn ich ihm etwas zu essen geben werde, sollte ich etwas trocken und flammes. Oh, da werde ich doch mal in die Taverne gucken. Die haben doch Ess-Sachen. Trocken und brennbar. Trocken und brennbar. Trocken und brennbar. Trocken und brennbar. Vielleicht sollte ich etwas anderes probieren. Schade. Oh, da ist schon dunkel. Das Einzige, was ich habe, ist Topf. Was ist denn das? Es ist ein... nicht sehr schönes Schmuck, der von da kommt. Ich glaube nicht, dass ich wirklich nicht wissen will, was es ist, das in der Mitte kochen. Ich wirklich nicht. Das wird es aber nicht sein, oder? Nein, das wird nicht funktionieren. Ich habe mich jetzt auch gewundert. Reden wir mal mit ihr. Was zum Essen, bitte. Tja, also Gil, na gut. Hm. Hey, also... Gil sieht so aus, als ob er da noch einen Trink braucht. Gil wird sicher, dass ich weiß, wenn er noch einen braucht. Hm. Okay, danke, Herr. Wollt ihr zurück zu, was ich gemacht habe? Ja, das sollte ich. Schau dir aus, kleine Frau. Hm. Was haben wir denn noch? Ah, Kohle. Kohle. Kohle könnte dem doch schmecken, oder? Oh, ja. Diese sind perfekt für dich, kleine Junge. Es wäre doch schön, etwas dragenfreundliches Essen zu haben, nach all diesen Beeren. Feuriger Drache. Er ist so süß, kleine Junge. So süß. Okay. Kann ich jetzt in der Kirche irgendwas tun? Mit einem feurigen Drachen? Es scheint nicht zu viel über das. Hm. Diese Tür, bitte. Hm. Der kleine Mann scheint nicht interessiert in es. Ja, aber wo kann ich denn hin? Doch nochmal in den Wald. Was ist denn mit? Drache? Tu deine Wirkung. Interessiert in this little guy? Nein. 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 Nicht interessiert. Schade. Jetzt weiß ich nämlich ehrlich gesagt nicht. Nicht, was ich tun soll. Wo könnte ich denn noch hingehen? Hm. Nochmal Theodor, bitte. Hallo wieder Theodor. Hallo. Du sagtest, der Drache fliegt einen vom Glockenturm aus. Wo ist der denn denn der? Ja. 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 Was ist das? Ja. Ja. Es ist durch die Tür hinter dir. Alas, für viele Generationen jetzt, die Tür hat sich geöffnet. Für Jahre habe ich für eine Möglichkeit für die Tür zu öffnen. Aber für Jahre habe ich es geöffnet. Aber für Jahre habe ich es geöffnet. Der Ort war für die Liebe der Red Dragon. Ich bin sicher, dass viele Antworten hier liegen, irgendwo vor unseren Augen. Ich bin aber ein Mann, nicht ein Detective. Any suche Indications have managed to elude me. Oh, a detective mystery. Hm. Also, was mir jetzt halt einfällt, ist, dass diese Scheibe hier Zeichen enthält. Thanks for your help. Of course. Und wir haben auch Zeichen auf diesem Baumstumpf. Hier müssen wir doch irgendwie die Zeichen uns besorgen können. I really do love these. They're just so big. Nochmal. I really do love them. The left one is showing an evil. The right window is a big. There's a small cluster of strange little symbols here. On the right window. Huh. How about that? Not sure what it means, but it definitely is peculiar. Hm. Und wie kommen wir da ran? Interested in this little guy? No. No, not interested. Mir fällt jetzt nur ein, Leute, dass wir hier ja in der Gasse das hier auch sehen. Was bedeutet das? Ah. I really do love these. They're just so big and detailed and just lovely. Kann ich den Drachen? Hm. He could certainly light the lamp for me, but it's too high up for him. Okay, Leute. Wie wir den da rauf bekommen, das erforschen wir dann im nächsten Part von Let's Play Anna's Quest. Bis dahin. Ciao. Ciao.